Hier präsentieren wir die 5 beste Gesichtsserbilierer Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Remington Gesichtspflege Kidsmood und Silke App 7070. Ein Gesichtspflegeset, das alle Wünsche integriert mit dem Gesichtsbehandlungspaket sind mit nur einem Artikel Reinigung, Schneiden, Epilation und auch Revitalisierung derzeit möglich. Nur das Zubehör muss ausgetauscht werden. Das Gesichtsreinigungsbürsten-Add-On, das 6 mal besser funktioniert als die praktische Gesichtsreinigung, sorgt für eine tägliche Tiefenreinigung. Um große Gesichtshaare zu trimmen, kann die Reinigungsbürste gegen das zweite Zubehör, das kleine schlankere, eingetauscht werden. Alle, die ebenfalls Haare auf dem Kinn, der Oberlippe oder der Stirn loswerden und ihre Brauen gestalten möchten, können die dritte Funktion nutzen. Nummer 4. Queen Maeve Haarpfenner Damen. Dieser Epilierer ist perfekt für Oberlippe, Kinn, Gesicht, Arme, Unterarme, Beine und auch als Epilierer für den Badebekleidungsbereich. Leicht zu reinigen, da es einen waschbaren Kopf hat. Diese kann entfernt und mit Wasser abspült werden. Gleichzeitig ist das Element drahtlos und läuft mit Batterien. Es kann überall genommen werden. Mit seiner geringen Größe kann er in eine Geldbörse gebracht werden und begeistert auch mit seinem leichten Stil. Es kommt mit einer kleinen Tasche, die es besonders sinnvoll macht, wenn sie unterwegs ist. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Philips Lumea Prestige Eppel Haarentfernungsgerät Breen 954. Mit dem Haar-Eliminierungstool von Philips, so viel wie 92% viel weniger Haar wird sicherlich nach nur 3 Anwendungen wieder erweitern. Ideal für helle bis dunkle Hauttypen mit blonden, schwarzen oder dunkelblonden Haaren. Die Add-ons sind deutlich geformt und für jeden Ort des Körpers geeignet. Es gibt einen für die riesigen Teile des Körpers und kleinere, die einzigartige Lichtfilter haben, die für die empfindlichen Stellen wie Achselhüllen, Badermodellinie und auch Gesicht geeignet sind. Es ist also kein Problem mehr, zu Bereichen zu gelangen, die schwer zugänglich sind, wie z.B. dem Intimperi-Ich. Mit den Lichtimpulsen wird das Wachstum des Haares sorgfältig und auch schmerzfrei gestört. Nr. 2. Braun Face Spa 3 in 1 Gesichtsepilierer und Reinigungsbürstensystem Der erste Epilierer der Welt, der die winzigen Haare im Gesicht leicht entfernt und gleichzeitig die Haut reinigt und erneuert. Es eliminiert Haare, die 4 mal viel kürzer als mit Wachstreifen ist. Mit Hilfe der Bürste wird die Haut 6 mal gründlicher gereinigt, als es die Reinigung von Hand erlauben kann. Die zusätzliche A-Batterie ermöglicht es dem Produkt, länger und auch besser zu funktionieren und das Massagetherapie-Bett erhöht die Vitalisierung der Haut, um sicherzustellen, dass es am Ende viel milder wird. Bestehend aus einem beleuchteten Spiegel mit Aufbewahrungstasche. Und die Nummer 1 unserer Liste. Philips BRP 500-00 Epilierer Seed. Das Epilationssystem entfernt Haare in ungünstigen Stellen direkt am Ursprung und den ganzen Punkt, ohne Borsten zu verlassen. Die Haut sieht wochenlang glatt und flexibel aus. Batteriebetrieben und auch tragbar, wird der kleine Epilierer genutzt, um auch im Badeanzugbereich mit sensiblen Orten umzugehen. Dank des exakten Trimmers kann er schnell einige Haare unterwegs eliminieren. Bestehend aus dem mitgelieferten Kamm-Zubehör für die Augenbrauen, das 2 Größen-Setups hat, die bestimmte spezifische und vor allem einheitliche Ergebnisse liefern. Das Seed besteht aus einem Epilierer zusammen mit einer Miniaturvariante und einem schnurlosen Leander mit einem Zubehör für die Augenbrauen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.